Walter wäre so nader, schön jung, und er wäre so scharf, dass er jung könnte sein. Seine Papa wollte vorher kämpfen, und hat Grüezi zu Walter gesagt, dass er nicht mitkommt. Walter ging einmal so erscheinen, wann er mit Papa mitkommt, oder ihn zu haben, aber nicht mehr für den ganzen Weg. Das war dann auch gut. Und danach war er wieder, dass sie ein Zell schlafen, und alle Eten auf den Vier zu machen. Die nächsten paar Tage brachte sie zu, mit alles zu machen, und Walter wollte noch zu essen, was sie empfehlen würde. Das war ein Rädenmöcke, wie ein Baden, ein Koch, ein Axe oder ein Torn. Ein anderer, was sie brachte zum Feiermöcke, ein Kleidern, so stark mein Ding. Das war dann auch ein Trunk und eine Kau. Und das war dann auch ein Rädenmöcke. Als er schon so ein Gräuter Knappe hatte er redet, dann konnte Walter meistens nicht anders aus dem Lüden röpen, schrie so aus hübsiger Fried. Er würde nicht kämpfen, mannte Böe, mit Papa Taub. Schlusslich kam der Gräuter Tag, da wir feiern alles Taub, Papa und seine zwei Freunde, Walter. Sie fuhrte auf die Böe, auf die Toe, da ein Hecht, ein Hecht, ein Hecht und noch Hecht. Ein hoge Böe. Er war am Aadchen, was sie daran trägt, was sie vor, um zu können, dass sie über die Böe kommen können, stellen Böe. und manchmal dann hält er sich stell und checkt ihn und trägt noch die Stromer Böe und die Riefers, was da unten wäre. Und sie werden immer so hoch, dass die Gräuter Beine da nicht mehr was waren. Die ist so hoch als was, und ich meine Gräuter Beine abbeue. Einmal wird es ein wunderschönes Leck, wo sie haben wollen. Das wird ein Leck, wo manche Böe verstärkt sind. Und dann sagt Papa, das steht, wo wir haben wollen. Und bei dem weinsten Kern steht, dass sie unter dem Leck, sagt Papa, aber mit dem Chor können sie nicht wieder fahren. und der Leck wird dort ziemlich sehr schmalt. Ein bisschen Leck wird so eine lange Spätshaut, und dann muss sie dort weit bei den Spätshaut gehen, und alle kommen zum Kämpfen. Walter, wie er blöss, seine Frau, die Onkels dreht meist alle Sachen, er dreht eine Tasche, und dann ging sie dort hin. Wie alle so wunderschön an mich, geblüßt, er scheint, er hat noch niemals was beleffert, sich mit dem Lecken nicht mehr. Das stäle lebe, der Leck. Und das andere, die Spätshaut hängt, ein Verschwung dort, und wo sie können, wulw hier, da ein Enghoff kann sie hören, wulwbalen. Walter fragt seine Papa, was kann wir hören? Papa sagt, er hat sich keine Hänge, und dann sagt Papa, dort sagt plus, wulw. wulw. Und da sind sehr viele wulw. und da sind sehr viele wulw. wulw. Aber die trübeln uns hier nicht. Die sind weit auf. Walter versuchte nicht, mehr an die wulw. zu denken, aber Han und Wader dachten, er dachte ein bisschen über die wulw. Er dachte, als er schluggegen, kann sein, dass die sind weit auf. Aber er würde vielleicht gerne durch die wulw. kommen, ein bisschen so anheimlich, wenn er sich an da hat. Und bei einer weh Papa und seine zwei Freunde waren auch mit dem Arm zu sagen, warum soll er sich anheimlich feilen? Er schlug doch in die Mädchen an. Er hat erst den Ankerstor gemacht, und nun ging das Schein schlafen. begonnen. Die nächsten dags morgens wagen sie alle tidig ab und die nahe ging und ging auf dem den 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 Das meinte, dass es so leicht ist, dass es so groß ist. Ob es so steht, können Sie gehen. Aber es ist nach einem Seirnort und dann steht das Wetter durch. Und dann sieht man, Papa, hier will ich immer gehen. Dann darf ich nicht dort weit rumgehen, dass alle anderen Sachen da rumdrehen. Aber Walter, das kann ich nicht. Die Onkels haben alle stäbleren Bütze an, die über die Schnee riechen. So können sie in die Mutter gehen. Aber für Walter ging es nicht. Und dann sieht Papa, dass Walter dort rumgehen konnte. Er hat so einen Feind geklaut und sie würde am Tietje etwas sein. Und dann können Papa und seine Freunde alle Sachen anpacken. Und dann fragt Papa, Walter, ist das okay? Oh, ja. Ich riep Walter. Und dann sieht man, dass ich hier bin. Der Mann sagte, dass er niemand weiß. Und er war da gar nicht, denn er war nicht. Er war gar nicht. Er war gar nicht. Er war nicht. Er war nicht. Er war nicht. Und er war nicht. Aber er dachte, er wollte er nicht, was er zu hören. als die andere würde. Durch die Strecke über Steine. Ich ran das Möte hier auf. Nu wir hier baten ein, ganz baut ein von den Späts von der Leck und fang auch nur die Kuh abtut zu gehen. Und mit einem Haus die Sache wird, was am Seher verschreckt ab siehst du am Eiver. Am abtut ein ganz hart Wölf von der Leck aufgeraht. Er kriegt noch an. Hey, je, je, nu wir am Dach seien Angst. Aber in seine große Angst steht die Wölf nach Tal. Er kann so schmuck durch alle an Böse sein. Und er wird 17 Wölf. 17 große Wölf steht er. Seien hat lef Meis stehen. Und er kriegt noch an. Er kann nicht zu sehen. Da wir ein groter Stein haben versucht, er nicht zu kruppen. Aber er kann noch nicht sein Fout absetzen. Und er wird bloß einmal drei. Und er wird die Wölf all in Naad beten oder als eerst. Und das ist auch nicht klar, dass die Wölf kriegt, wenn Walter der Kuhme über Hüpfel sich so die Kuhme mit dem Arm nehmen. Er mögt seine Oue Tau in Böde. Er die Böde. Er sieht leuwe die Wölf me weiden. Er mag die Wach ran von Mie. Er ist so dicht wie die Wölf und er kann gleich in die Uhr checken. Er kann Klo in die Uhr checken und er kann vielleicht Holz rauf checken. So fällt sich an. Und was passiert wurde. Ganz häufig drehte die Welt alle am in Rande trägt. So waren Angst wir. Weit das Geschichte hat Onkel Arthur erst hat Walter hat diese Geschichte geschrieben hat Walter hat ihm selbst vertelt als Walter noch nicht so groß war. Er hat ihm vertelt und hat ihm gefragt Walter das Onkel Arthur gefragt ob er will die Engel sein was mit er poste. Das war niemand weiß was die Engel sein hat Walter sein hat sich gegrülde wie weiß nicht dass der Engel sein wie weiß auch nicht dass er nicht hat Engel sein aber einer lebe wie Gott teilt dass Walter sein gebet beantwortet Gott hat gehört und Gott teilt dass er etwas besonderes verringt dass der Will sich gegrülde und dann wieder aus der Will wach wäre Walter nur die Co er war und die frühe war unheimlich wenn Walter das so lange geht fühlt es froh sei wo wenn die das so lange ist irgend wo geworden sei können Walter dort sein und er nicht krank so wie er dort lösen ran nur wie irgend was anders Walter vertelt Papa und er unter die ganze Geschichte nan seht hei jesus hielt mein gebet nach gruts krag in tid hat wir gab was das gebet heute hier hat gleich dort waren kliniken er bet c g ein d a h d a a a a a a Vielen Dank.